Liebe Hamsterkauf, geschädigte Freunde, solltet ihr heute kein Klopapier bekommen haben, gebe ich euch jetzt den ultimativen Tipp, wie ihr auch die nächsten zwölf Wochen mit einer Rolle klarkommt. Ihr nehmt nach eurem Stuhlgang ein Blatt Klopapier. Faltet das einmal nach. Dann wird das nochmal gefaltet, dass das Ganze so aussieht. Wenn ihr das nach eurem Stuhlgang habt, brecht ihr hier die Ecke ab und legt das Abgebrochene zur Seite. Danach faltet ihr das Papier bitte wieder auseinander. Nehmt den mittleren Finger und setzt ihn durchs Loch, dass es so aussieht. Dann geht ihr mit dem Mittelfinger und dem Blatt durch eure Kimme, dass es sauber ist, danach reinigt ihr den Finger und entsorgt das Papier. Sollte noch ein Rest unter den Fingernägeln kleben, kommt jetzt unser weggelegtes kleines Stück dazu. Das nehmt ihr bitte und reinigt den Fingernagel damit. Wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr mit einer Rolle locker zwölf Wochen aus. Ja, Sie ragen ca cleanse mir. Wenn ihr mit einem Vielen Dank.